Sie hat Angst vor diesem Handy-Ding. Hast du nur eine Stativ bekommen? Passe mal wieder, dass sie da hinkommt. Was ist denn da? Alter, die ist so schnell. Guck mal, was die macht. Die ist da hochgeklettert. Warte, geh mal da weg, sonst habe ich so viel Schatten. Ja, jetzt noch nicht mehr. Guck, 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 siehst du? Siehst du, wo die geklettert? Die ist so krass. Und das muss man zumachen. Dass die da nicht hinkommt. Oh. Geh mal weg, ich habe sonst kein Licht. Danke. Schicksal. Ja. Wo ist sie? Aber hinten. Alter, jetzt ist sie auf dem Topf. Wie immer. Wie immer. Tun wir da wieder mit dem Stock hinten. Schnell, schnell, schnell. Hier. 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 So schnell war die nicht. Oder? Ja doch. Ich hab sie jetzt richtig im Leck. Jetzt sie weg. Mach nochmal. Der muss schon rein. Das bringt nichts. Jetzt. Noch ein bisschen. Da saßen wir alle hier hinten. Da saßen wir alle hier hinten. Da waren sie ja. Die waren so eine Taube. Ich glaub die haben wir schon mal mit der Taube gekämpft. Keine Ahnung. Vielleicht sind sie wieder da hinten. Ne mach mal hier wieder. Ne. Auch nicht. Guck mal guck mal. Ach du meine Güte. Alter die kann Sachen. Da drin ist die. Ja klar die können. Glaub mir was die alles können. So. Alter die ist. Hier hochgeglittert. Und die guckt immer nur zu. Ups. Die hat jetzt Angst vor dir. Ja. Die hat leider immer Angst. Aber vor den Mäusen muss die mehr Angst haben. Und die anderen zwei haben hier hinten ihr Nest. Ich zeig das mal kurz. Ich zeig das mal kurz. So. Hält mal. So. Äh. Da sieht man fast nix. Hey da drin lass doch einfach. Ja. Ja. Ich weiß. Doch ich hab's doch mal gesehen. ? Ben. Ah. rolls vom hat drauf 7.